Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Die Bildungsart ist eine Woche der Begegnung, eine Woche, wo Menschen ganz unterschiedlichen Alters sich begegnen können, sich gemeinsam austauschen können über bestimmte Themen, Fragen, die in ihnen brennen. Es ist primär gedacht gewesen oder auch immer noch gedacht als eine Woche, wo sich die Studierenden des Campus A in Stuttgart und die Dozierenden begegnen und gemeinsam für eine Woche diese Fragen bewegen. Aber es ist von Anfang an auch gedacht gewesen als eine Woche, wo interessierte Menschen, die nicht im Campus sind, teilnehmen können und mit diesen Fragen gemeinsam umgehen können, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Durch die Kunst, durch die Begegnung, durch das Gespräch, durch Vorträge, durch die Stille, durch das Mitbewegen durch die Nacht, also durch ganz verschiedene Arten und Weisen. Und Bildungsart eben deswegen, weil wir das Kernthema der Bildung haben, was natürlich auf einem Campus immer das Kernthema ist. Wenn es am besten ist oder wenn es funktioniert, in Form eines Festes, eines einer Woche dauernden Festes. Der Türkmusik Der altri Das war eine Abteilung. Den Moment des etwas Neuschaffens in die Bildungskultur mit einbringt. Da finde ich es sehr wichtig, über Bildung zu diskutieren, über Bildung zu sprechen und sich mit Bildung auseinanderzusetzen und dementsprechend haben wir eben auch versucht, das Tagungsprogramm dahingehend zu gestalten, dass Bildung nicht auf Schule oder Kindergarten oder Institutionen reduziert ist, sondern wirklich ein Bildungsbegriff angelegt ist in der Bildungsart, der wirklich alles umfasst, also Menschenbildung und institutionalisierte Bildung. Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz einen Blick werfe auf die drei Phasen, dann kann man sagen, in der Antike, wir haben gehört von den Griechen, da wurde eigentlich die Schönheit von Körper und Seele gebildet. Ich schreibe es glaube ich jetzt nicht mir an, Schönheit von Körper und Seele. Im Mittelalter der Glaube, in der Neuzeit, ich möchte nicht sagen der Geist, ich möchte sagen der Verstand. Es ist eben eine Wissenschaft entstanden, die entdeckt hat, dass sie nicht nur auf eine bestimmte exakte Art und Weise die Umwelt, die Naturreiche verstehen kann, sondern sie kann eben Maschinen hervorbringen. Und das löst den Menschen heraus aus den alten Bildungen an den Jahreskreislauf, an die Natur, an das Land, an die Tiere, an die Pflanzen, löst heraus und schickt ihn in die Fabriken, in diese neue Maschinenwelt. Und das ist doch unsere Umgebung. Alles, wo wir leben, wir leben in der Maschinenwelt oder in Dingen, die durch Maschinen entstanden sind. Egal wie intelligent die Technik ist, es ist immer etwas, was aus der Vergangenheit geworden ist und was wie geronnen ist. Auch künstliche Intelligenzen haben nur gigantisch viele Daten aus der Vergangenheit da, aus denen sie zukünftige Wahrscheinlichkeiten vorherberechnen können. Ja, für alle Technik gilt immer letztendlich als Grundmotto, wie es war, wird es wieder sein. Da kommt nichts prinzipiell Neues aus den Maschinen. In der Maschinenwelt tritt uns unsere eigene menschheitliche Vergangenheit entgegen. Vielen Studierenden hier auf dem Campus treibt einfach Fragen nach dem Sinn der Ausbildung, nach dem Sinn auch des eigenen Daseins oder der gesamten menschlichen Existenz auf der Welt um. Und da bin ich eigentlich in guter Gesellschaft, weil ich selber auch sehr stark diese Fragen habe. Meine Frage geht eher so um den Begriff der Hierarchie. Und zwar möchte ich da ein Beispiel nehmen aus der Industrie von der Firma Amazon. Dort ist ja längst bekannt, dass die Mitarbeiter kontrolliert werden, also mit dem Handy, das sie bei sich tragen, werden die kontrolliert, wenn die auf die Toilette gehen. Jetzt ist einfach die Frage, wie wir damit umgehen, wenn plötzlich in die Hierarchie hinein noch eine digitale Komponente reinkommt. Also es gibt keinen Grund anzunehmen, dass die digitale Welt automatisch eine bessere ist als die industrielle, realwirtschaftliche Welt. Das ist mal ein und in den Servicefabriken von Amazon sozusagen die elektronische Leine anhand derer gesteuert wird. Interessant ist allerdings, dass in relativ vielen digital basierten Unternehmen einige wenige an der Spitze sind. Das könnte man fast Feudalismus nennen, aber ein hochbasisdemokratischer Bauch. Also ein Organisationstyp, den man eigentlich so nicht kennt. Es ist im Grunde eine Mischung aus Netzwerk und steiler Pyramide. Und diese hybride Organisationsform, die basiert auf der Erkenntnis, dass Innovation für den Gesamtorganismus nicht zustande kommt, wenn nicht die Entwicklerinnen und Entwickler ein hohes Maß an Freiheit haben. Und das ist so ein bisschen vielleicht auch die Idee von der Revolution, die kreative, empathische Revolution. Das Kreierende irgendwie auch, wieder viel mehr hierzu, also das Möglichkeiten-Denken, in neu erschaffen-Denken, wie Sie auch gesagt haben, einfach entstehen lassen. Und es ist auch so ein bisschen, also wir sind die Generation, wir können es uns gar nicht mehr leisten, nur in Utopien zu denken oder zu denken, irgendwas ist nicht möglich, weil wir haben Probleme, die müssen jetzt gelöst werden. Und da brauchen wir kreative neue Lösungen. Und deswegen das Unmögliche, Möglichkeit-Machen mit der Kreativität, wäre vielleicht so ein bisschen die Idee davon. Wer über Bildung spricht, muss auch über das dahinterstehende Menschenbild nachdenken. Beziehung, und das gilt in besonderem Maße für das Verhältnis von Lehrern zu ihren Schülern. Daher ist die Persönlichkeit des Lehrers ganz zentral. Davon zeugt auch der Methodenschreibe in der Pädagogik zwischen den Töpfern und den Gärten. Versteht sich der Lehrer als Töpfer, der seine schützende Form hat? Oder sieht er sich als Gärtner, der düngt, hegt und pflegt und sie wachsen lässt? Das sind tiefe Vorprägungen, sage ich mal. Allerdings, wir haben da die Wissenschaft befragt und die gab uns eine interessante Antwort. Das wird überschätzt. Die Methode wird überschätzt. Entscheidend ist, ob der Lehrer oder die Lehrerin diese Methode kann und von ihr überzeugt ist. Und wenn das der Fall ist, erreicht man mit beiden Methoden seine Ziele. Also das ist das Schöne am Methodenschreiten. Es kommt doch immer zum Schluss wieder auf die Lehrerpersönlichkeit an und nicht auf die Methode. Das wäre ja fürchterlich. Stellen Sie sich mal vor, in der Methode, die es richten, die andere falsch wären. Also wir wären das alle zu Schlussloser. Also werden Sie jetzt nochmal so einen großen Wurf in die Zukunft machen, Herr Patzlaff. Wo stehen wir dann da? Also der Wurf in die Zukunft wäre für mich, dass wir eigentlich nicht mehr über Waldorfpädagogik reden, sondern über Kindheitspädagogik. Weltweit. Und ich bin auch überhaupt nicht der Meinung, dass wir einen Kontrast oder Konflikt zwischen Technik, Wirtschaft auf der einen Seite und Bildung auf der anderen Seite konstruieren sollten. Denn die Wirtschaft, das hat Herr Sattelberger vollkommen zu Recht gesagt, ist etwas, wovon wir alle profitieren und was uns sichert und wovon wir leben. Es kann doch nur darum gehen, dass die Interessen der Wirtschaft, wenn sie wohl verstanden sind, genau darauf aufbauen, dass sie Menschen bekommt, die eben dann auch Voraussetzungen haben, urteilsfähig zu sein und innovativ sein zu können. Und da ist die Frage, wie kann man das am besten erreichen? Und wenn da eine große Debatte mal ausbricht, wo es nicht mehr um Abschlüsse und Qualifikationsnormen geht, sondern wo es darum geht, was für Menschen wollen wir eigentlich bilden? Mit welchen Qualitäten weit über das Intellektuelle hinaus? Dann, glaube ich, wären wir voll im Einklang mit den wahren Interessen der Wirtschaft und auch der Politik des menschlichen Zusammenseins. Es geht nicht nur so sehr darum, dass man eine Woche lang eben ein tolles Feuerwerk an tollen Veranstaltungen, künstlerischen Darbietungen abbrennt, sondern es geht genauso auch um die Vorbereitung. Für mich ist die Bildungsart eben ein Baustein einer Befragung des Studiums dahingehend, dass man selber sich Inhalte setzen kann als Studierender. Und da will ich eigentlich ermöglichen und deswegen machen wir das auch sehr intensiv mit Studierenden und mit Auszubildenden zusammen. Diese Kern-Team-Treffen, die fast ein Jahr lang dauern. Deswegen machen wir das, damit man sich selber Inhalte setzen kann, selber an Inhalten arbeiten kann, sodass man selber sich Menschen einlädt, die man für wichtig hält, sich vielleicht auch selber erproben kann, indem man selber mal einen Workshop hält oder kleine Aufgaben übernimmt, wie zum Beispiel Ansagen. Und dadurch dann ein bisschen mehr als nur Inhalte aufnimmt, die im Studium vermittelt werden, sondern selber schon anfängt zu organisieren am eigenen Studium. Und das ist mir ganz, ganz wichtig bei der Angelegenheit. Das heißt, der eine Teil ist diese schöne, wunderbare Woche, die wir alle gemeinsam auf die Beine stellen. Und der andere Teil ist diese Vorbereitung des selbstorganisierten Lernens. Ich bin da mit dabei, weil ich von Anfang an den Eindruck hatte, hier passiert etwas sehr Wesentliches, was für mich vor allem eben mit dieser Begegnung zwischen Menschen zu tun hat. und ich bin da mit dabei, weil ich das muss. Ich bin da mit dabei, weil ich denke, ganz wichtig, wenn ich das mache. Und ich bin da mit dabei, weil ich das trocken, ich bin da mit dabei, das nicht sicher ist. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Genauer gesagt, dass sich viele Menschen fundamental weiterentwickeln. Viele Psychologen glauben, dass in der gezielten Entwicklung des Ichs, dieser geheimnisvollen, uns allen innewohnenden Instanz der Schlüssel zu einer offeneren Gesellschaft liegt. Diese Zeilen sind nicht von einem Klappentext, von einem anthroposophischen Buch, das gerade neu erschienen ist, sondern sind der Anfang von einem Artikel, der vor zehn Tagen im Spiegel online erschienen ist. Ein Artikel, den ein Psychologe geschrieben hat und der innerhalb von wenigen Tagen, wo er online war, über 600.000 Leser gefunden hat. Auf jeden Fall ist, dass diejenigen, die gebildet werden sollen, eben genau in diesem Ich angesprochen werden. Weil wir festgestellt haben in der Vorbereitung, als wir uns mit unserer eigenen Bildungsbiografie beschäftigt haben, dass alle wichtigen und prägenden Bildungserlebnisse immer dann stattgefunden haben, wenn vor irgendeinem bestimmten Inhalt, der an uns rangebracht wurde, eine Begegnung stattgefunden hat. Ja, weil ich das tiefe Bedürfnis in mir spüre, irgendwie was zu tun, Ideen kriegen und das Tolle hier auf dem Campus ist, dass so eine Stimmung da ist, so viele Leute da sind, dass man sofort, wenn man möchte und wirklich will, jemanden findet, mit dem man sich verbinden kann und was umsetzen kann. Haben Sie noch irgendwas, was Sie uns da lassen wollen? Nein, ich bin einfach alles Gute, auch der ganzen Waldorfbewegung. Ich habe mir viel zu verdanken, der ganzen, all den Impulsen, die ich vorher genannt habe. Es ist sehr wertvoll für die Gesellschaft. Ohne solche Impulse, kommt sie nicht voran. Und dazu darf man sich einfach nach 100 Jahren einfach beglückwünschen und einfach, dass Sie den Mut und die Zuversicht nicht verlieren, daran festzuhalten und auch immer wieder die Gesellschaft zu durchsäuern. Nicht mit diesem Sauerteigbeispiel, das wir aus der Bibel kennen. Das ist das Entscheidende. Vieles wird in verwandelter Form sich dann wiederfinden. Darüber muss man dann nicht traurig sein, sondern man hat einen Impuls gesetzt, der gewirkt hat. Und dann üben Sie Macht aus. Nämlich Macht in einem kreativen, gestalterischen Sinne etwas zu verändern, an das Sie glauben, von dem Sie überzeugt sind, dass es gut ist. Und dazu will ich Sie einfach nochmal für die 100 Jahre beglückwünschen und für die nächsten Jahrzehnte einfach ermutigen, diesen Weg weiterzugehen, immer auch offen zu bleiben. Trotz Steinern nicht zu versteinern. Ich glaube, es war auch nicht sein Impuls, dass man jetzt alles da digital macht, was er gesagt hat, sondern auch das einfach immer in der zeitgenössischen Form in die Gesellschaft einzuimpfen. Das ist wirklich wertvoll und dafür dürfen wir alle dankbar sein als Gesellschaft, dass es immer wieder engagierte Menschen gibt, die sich davon inspirieren lassen und das weitertragen. Und das tut sie bitte auch weiterhin. Und das tut sie bitte auch weiterhin. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020